Hallo, hallo Leute! Heute ein Video, ja, um die Uhrzeit GG, aber es kam ein neuer Patch raus. Im Moment ist der Love of PS4 und Xbox One. Also wenn ihr da gerade Black Ops 3 drauf spielen möchtet, müsst ihr erst mal das Update ziehen oder halt auf dem alten Patch spielen. Ja, was da alles gemacht worden ist für den Zombie-Modus ist richtig heavy. Also GG, wir sind schon voll am Ausrasten hier. Ja, wenn man sich kurz anguckt, was hier steht. So, vier riesen krasse Patches jetzt im Allgemeinen für Zombies. Ich gehe jetzt mal nicht auf die Maps ein. Was bedeutet das? Das bedeutet, richtig heavy, dass ihr erstmal alle Kaugummiautomaten auf der Map dauerhaft habt. Also egal, es ist nicht mehr so, dass ihr nur noch zwei aktiv seid. Nein, ihr könnt alle benutzen. Also ihr müsst nicht 10.000 Mal umherlaufen, um die zu finden. Nein, ihr könnt jetzt alle benutzen, was in Highrides natürlich vervorteilt ist, weil ihr nicht 10 Minuten lang suchen müsst, wo die nächste Kaugummi-Maschine ist. Ihr könnt einfach alles nehmen. Ja, dann GG. Was noch dazu kommt, ist, hier steht, dass man bestimmte Anzahl per Hits, also bestimmte Anzahl an Hits per Runde hat. Ich habe es schon mal ausprobiert. Man kann Kaugummi-Maschinen jetzt öfters aus einmal pro Runde hitten. Ich konnte es immer dreimal machen und jedes Mal musste ich mehr dafür zahlen. Erst 500, dann 1.000, 500, dann 3.000 oder so. Es kann sein, dass sich das pro Runde halt ändert. Am Anfang erscheint mir das sehr viel Geld, aber ganz ehrlich, Leute, das heißt auf gut Deutsch, man kriegt eigentlich so viele Max-Mos, wie man möchte. Wenn ich Solo spiele, kann ich mir eigentlich fast jede Runde meinen Alchemisten zurückholen, weil irgendwann in den High Rounds habe ich genug Punkte, um das zu holen. Wenn ich Koop spiele, ist das so heavy, krass, Pay-for-Win, das ist nicht mehr normal, ehrlich. Naja, Pay-for-Win nicht mehr ganz, so bei Liquid Divinium komme ich gleich drauf. Auf jeden Fall, Koop, stell dir das mal vor, du kannst pro Runde dreimal drangehen, dein Koop-Partner kann auch dreimal drangehen, das heißt, ihr geht sechsmal dran, kriegt vielleicht Max-Ammo von den Drops und dann holt ihr euch einen Max-Ammo aus, einen Kaugummi oder einen Alchemisten. 200 Runden Koop ist wahrscheinlich possible jetzt, das ist richtig krass, sorry, aber es macht das Game viel zu easy. Das hat das Game noch mehr kaputt gemacht, es verlangt keinen Skill mehr, fast keinen Skill mehr, außer vielleicht wach zu bleiben oder so, Koop auf High Rounds hier zu gehen. Das ist richtig krass. Ich verstehe nicht, warum man das gemacht hat, ich weiß es nicht, das ist heavy. Ja, man, abgesehen davon, dass sich das verdoppelt, was auch neu gemacht wird, das ist das einzige, was mir am Patch gefällt. Und zwar heißt es an dem Patch, dass man jetzt nicht nur noch zwei Liquid Divinium pro Runde bekommt, die man spielt, nein, es heißt jetzt, dass man mehr bekommen kann. Auf wie viel das hochgeht, ich habe es jetzt ausprobiert, ich habe es keine Lust, 30, 40 Runden nur zu spielen, ich will euch dieses Update-Video präsentieren, aber man kann jetzt mehr Liquid Divinium bekommen. Das ist richtig nice, weil jetzt muss ich mir nicht mehr Codbonds kaufen, um meine Liquid Divinium zu bekommen. Aber trotzdem, das ist der Patch GG, alle Rekorde, die bisher gespielt werden, die können jetzt so easy, so easy gebrochen werden, das ist richtig heavy. Ja, in dem Sinne, einen schönen Abend, Leute. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von dem Patch haltet und bis dann, tschu tschu.